Das Geheimnis, wohin die Milch verschwand, klärte sich bald auf. Sie wurde täglich in das Futter der Schweine gemischt. Die Frühäpfel reiften jetzt und das Gras war mit Fallobst bedeckt. Die Tiere hatten es für selbstverständlich gehalten, dass das Fallobst zu gleichen Teilen unter ihnen aufgeteilt würde. Eines Tages aber erging der Befehl, alles Fallobst sei zur Verfügung der Schweine in die Geschirrkammer zu bringen. Da murrten wohl die anderen Tiere, aber es war nutzlos. Alle Schweine waren in diesem Punkt einer Meinung, selbst Schneeball und Napoleon. Quikschnauz wurde entsandt, um den anderen die nötigen Erklärungen abzugeben. Kameraden, rief er, ihr glaubt doch hoffentlich nicht, dass wir Schweine dies in einem Geist der Selbstsucht oder einer Bevorzugung tun. Viele unter uns können Milch und Äpfel gar nicht leiden. Ich selbst mache mir nicht das Geringste daraus. Wenn wir diese Dinge nehmen, so geschieht es einzig und allein, um unsere Gesundheit zu schützen. Milch und Äpfel, das ist wissenschaftlich bewiesen, Kameraden, enthalten Substanzen, die für das Wohlbefinden eines Schweines unerlässlich notwendig sind. Wir Schweine sind Kopfarbeiter. Die ganze Führung und Organisation der Farm hängt von uns ab. Tag und Nacht wachen wir über eure Wohlfahrt. Um euret Willen geschieht es, wenn wir diese Milch trinken und diese Äpfel essen. Wisst ihr auch, was geschehen würde, wenn wir Schweine in unserer Pflicht wanken würden? Jones käme zurück. Ja, Jones würde zurückkommen. Und bestimmt, Kameraden, rief Quiekschnauz fast flehend, hüpfte von links nach rechts und wackelte mit dem Schwanz. Bestimmt ist keiner unter euch, der wünschen würde, Jones zurückkommen zu sehen. Wenn es nun eines gab, dessen die Tiere vollkommen sicher waren, so war es, dass sie nicht wünschten, Jones zurückkommen zu sehen. Da man ihnen die Sache in diesem Lichte dargestellt hatte, wussten sie weiter nichts zu erwidern. Die Wichtigkeit, die Schweine bei guter Gesundheit zu erhalten, war allzu offenbar. Und so wurde ohne weitere Debatte beschlossen, dass die Milch und das Fallobst und später auch die reifen Äpfel den Schweinen allein vorbehalten bleiben sollten. Wichtigkeit, die Menschen, 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 die